Hallihallöchen, meine lieben Leute und willkommen zurück bei den Siedlern 2, die nächste Generation. Wir befinden uns gerade mitten in unserer Invasion, im Angriff, aber der Gegner hat hier anscheinend nicht besonders viel entgegenzusetzen. Traurigerweise. Ich weiß gar nicht genau, wie ich mich jetzt hier vorkämpfen muss. Muss ich jetzt in diese Richtung oder in diese hier? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn erstmal hier auch vernichten. Ich werde ihn einfach systematisch ausräuchern. Das Problem ist, der hat hier überall Generäle drin. Und ich habe hier nur einfache Soldaten. Das ist gerade Perlen vor die Säue werfen. Eigentlich müsste ich warten, bis hier Generäle drin sind. Was ich übrigens gesehen habe, gemerkt habe, ist, dass ich durch den Abriss von diesen, also wenn ich eher nicht die Gebäude erobere und die dann abgerissen werden, dass ich dann Ressourcen dazu verdiene. Oh Gott! Der hat Generäle. Und zwar nicht gerade wenig. Das könnte noch ein kleines Problem werden. Das wird er zurückerobern. Ich brauche Gold. Ich brauche Gold. Ich brauche Gold. Ich habe hier momentan keine Chance, weiterzumachen. Erst muss das Gold da hinten hingeliefert werden. Der wird mich jetzt überrennen hier mit seinen Generälen. Warte, die denn noch alle aus der Reserve her? Oder ist das ein anderer? Das weiß ich gerade nicht. Ich bin noch ein paar Besuch. Ich bin noch ein paar Besuch. Wie viele Soldaten habe ich noch? 38, jetzt habe ich mich wieder angegriffen. Der mäht mich gerade. Der macht mich fertig. Ich muss mich hier sammeln. . Shit. Vielleicht habe ich den roten. Ich weiß es auch nicht genau. Jetzt greift er mich nämlich an. Vier, fünf Generäle. Das kriegt er jetzt auch. Das ist die Kraft der Generäle. Ich komme, wenn ich mich jetzt nicht zurückziehe. Bin ich bald richtig im Arsch. Ja, ich werde schon wieder angegriffen. Hier habe ich jetzt wenigstens zwei Generäle. Aber der macht den auch. Boah, ich bin im Arsch. Boah, nein. Das gibt es ja gar nicht. Angriff, Angriff. Ich fasse es nicht. Wieso haben die den denn nicht unter-supported? Wo kommen die Generäle her, ey? Wo kommen die alle her? Boah, und der macht Schaden. Kommen wieder zwei. So, dann gehen... ... ... ... ... Also ganz dringend muss ich jetzt hier stärker werden. Also ganz dringend muss ich hier dringend. Also ganz dringend muss ich hier dringend. Also ganz dringend. Dann haben wir mal langsam hier mehr Soldaten drin. Dann... Ich kann nur hoffen, dass das jetzt wieder irgendwie einigermaßen sich einpendelt. Dann habe ich genug. Die Flascherei läuft auch. Also ganz ehrlich, was ich echt enttäuschend finde sind, dass die Fischressourcen, die Fischgründe in den Siedlern so unfassbar schnell versiegen... Da frage ich mich echt, was das soll. Oh mein... Oh mein Gott, was mache ich denn da? Hier fehlen noch Soldaten. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann eigentlich sein, dass hier noch Soldaten fehlen, obwohl ich noch so viele eingelagert habe? Das war auch ein Fehler, ich wollte es ausbauen, ging aber nicht. Wie kann das jetzt? Das war's für heute. Habe ich jetzt gerade die Ressourcen verschwendet, glaube ich. Ich habe hier eine Schweinezucht hin. Und hier eine Fleischerei. Zack, Kohle gefunden. Die Ressourcen werden knapp. Aber ich habe noch ordentlich Gold. Wo sind die Soldaten hier? Hier müssten volle Soldaten drin sein. Oder es liegt, dass hier noch kein Feindkontakt ist. Das war's für heute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ja, uns werden hier doch noch ein paar Steine in den Weg geräumt. Das ist noch lange nicht geschafft. Das ist noch lange nicht geschafft. Ich weiß gerade nicht, ob das ein neuer Gegner ist oder ob der sich irgendwie wiederholt. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal auf den Schirm, ob der andere auch rot war, den ich da vorhin angegriffen habe. Also vor ein paar Parts. Keine Ahnung. Wie dir auch sei. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.